Michael, wir sind kurz vor Tag 2 beim 1500er Event und wir müssen hier mal festhalten, Gratulation, denn du bist der einzige der Gewinner, der es in Tag 2 geschafft hat. Wie war dein gestriger Tag? Der ist sehr gut gelaufen. Ich habe nur Premium Hände gespielt. Aster Könige Damen. Mehr habe ich nicht gespielt. Jetzt ausschließlich wirklich? Als König noch. Wie viele Hände waren denn das, in die du involviert warst? Zwölf. Mehr nicht. Da hast du aber wirklich diszipliniert gespielt. Wie war dein Tisch? War der genauso tight? Ich habe vier Mal gewechselt. War schwierig. An einen neuen Tisch zu kommen ist immer schwierig. Wenn die Leute erst kennenlernen, warten, es ging. Was hast du für einen Eindruck von deinen Mitspielern? Du hast dann ja einige gesehen. Ist da querbeet alles an Strategien vertreten oder insgesamt eher aggressiv? Wie sieht es da aus? Nein, nicht aggressiv. Es wurde maximal drei Bitten gespielt und eigentlich nur gute Hände. Ja. 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 隊 Editorin Hasen denominator enter- type